Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auffallend Anders. Heute schauen wir uns einen Ram Limited in der Night Edition an, getunt. Bis gleich. Was wurde zum Grundmodell Ram Limited Night Edition verändert? Wir haben hier einen ordentlichen Stoßfänger, drei LED-Leuchten und eine LED-Leiste, mit der ihr schön arbeiten könnt. Euch fällt bestimmt hier was auf, extra breite Thunderflaze. Ebenfalls ziemlich breit die schönen La Shanti Offroad Felgen, 12 x 22 Zoll. Die werden kombiniert mit einer Offroad Bereifung von Renegade Radar in 345 R22 für die Kenner. Außerdem wurde eine Sportabgasanlage verbaut. Und eine Backflip-Laderraumabdeckung. Sonst hat er die ganzen Zusatzfeatures wie den Padstep, multifunctional T-Gate und Ram Boxen. Ja, wie ich finde, schöner Umbau. Könnt ihr alles jetzt online abrufen. In der nächsten Woche warten wieder schöne Cars auf uns. Schauen wir uns dann an. Freut euch schon mal drauf. Bis dahin, lasst euch gut gehen. Haut ran.